Zeit für eine weitere Runde Black Black Mal schauen Also hier hauert das Schiff jetzt schon irgendwie nochmal ab Aber ich kann auch nicht sehen, dass hier irgendjemand abgeladen wurde Ah, da kommt er jetzt nochmal Denke ich Ja genau, da oben ist die Zielperson Beim letzten Mal hat es ja nicht so gut geklappt Weil wir die Waffen hier vorher schon ausgeschaltet haben So, den soll ich jetzt töten Mal gucken, ob wir das auf die Entfernung hier hinkriegen Wir anfangen nicht Das heißt, wir müssen uns da irgendwie auf dieses Schiff stellen Und das mal ein bisschen, ohne irgendwie aussehen zu erreichen Oh, hier ist echt ganz schön viel Luft auf dem Schiff, muss ich mal sagen Jetzt haben wir uns nicht gesehen Ja genau, da war nichts Okay, du hast was gesehen Ist aber doof Habe ich dich verwirrt oder was Tut mir jetzt aber leid Ich überlege gerade, wenn ich an den rankomme Den können wir auf jeden Fall mal runter vom Schiff So, da hat er nicht ja schon wieder gesehen Ja, get away Boah, das sind auch echt zu viele, verdammt Ja, ich glaube mit Flächen ist da nichts Leider kann ich so auch die Dinge nicht anwendigen Und du gehst mir echt auf die Nerven nähe Wenn ich mal woanders hinkocke Jetzt habe ich nun mal alle aufgeschaltet Das haben wir gut gemacht, würde ich sagen Also falls man die Ironie nicht rausgehört hat Das war tatsächlich ironisch gemeint Wenn der mir einfach so die Knappe ins Bewegt Das ist aber nicht lieb von dir Der ist ja gut, beruhige dich Jetzt steht der Typ auf jeden Fall schon mal besser da Aber anders kriegen wir so nötig auch nicht Aber ich glaube, dich können wir jetzt mal nehmen Genau Eins hat jetzt Die stehen jetzt alle nur so rum Das ist ja gut Auf jeden Fall haben wir das Ziel eliminiert Das war die Hauptsache Man hat es ja echt nicht einfach Ich will mich doch gar nicht mit euch allen anlegen Nichts da Nichts da Nichts da Nichts da Nichts da Mögen what the hell nix da so im moment will ich zum beispiel auch ein paar piratenkumpels ganz gut finden aber da sind natürlich wie immer wenn man wirklich braucht keine da einfach aufbauen können genau dann machen wir das so so ich muss ein bisschen die uhr im auge behalten damit ich auch nicht zu spät zur arbeit kommen wir nachher so das war das amt hat es hier auf dieser insel zumindest damit hatten wir die insel jetzt glaube ich auch abgeschlossen oder sich aktuell mal nix ok oder mal die schnellreise machen wir wollten uns ja eigentlich mal in dieser festung hier versuchen die bringt uns auf jeden fall wenig näher ran ja und dann schauen wir uns das mal an so ziel setzen kann ja fast nur ich bin leicht optimistisch so 1700 und mitten durch sperrgebiet natürlich ist klar die präsent mal wieder schön so wenn wir schon mal irgendwo in der dren vorbeifahren dann nehmen wir natürlich auch die drohe in die wanden alle segelreffen genau alle segelreffen das scheint aber auch jedes mal ab aber es bringt auch keiner hinterher mal davon abgesehen naja 200 hat sich nicht so wirklich gelohnt würde ich mal sagen aber wenn wir alle drohe gesammelt haben dann gibt es bestimmt nochmal irgendwie die kleine gewinnung oder so ich glaube ich will ein bisschen schneller hier ich glaube ich will ein bisschen schneller hier so so captain ist am steuer wir reiten die böh warten auf dein zeichen captain ok warten auf mein zeichen wir haben erstmal nur einen gerettet das zwei metall und dann einmal in unserem irgendwie sind da drei rote punkte auf jeden fall ordentlich treibgrund einmal stoff die haben uns jetzt schon im visier das ist ja mal gefecht Auf die Türme zielen, Captain! Feuer! Schießen, sir! Segelreffen raus aus der Böe! Alles einholen! Los, Segel setzen! Alles setzen und schafft es zum Wind ausrechten! Leine geben! Kräftig! Ich sage, der kräftig! Feuer! So, da werde ich jetzt erstmal nicht so viel labern. Wenn du sagst, sie verträgt das, weißt du ja eigentlich schon. Wir haben Segel auf, Geim! Lass auf! Feuer! Da ist sie am schlechten, Captain! Ja, ha, ha, ha! Feuer! Lasst uns, Captain! Ein paar Treffer hier und sie bricht! Bereit zum Feuern, Captain! Feuer! Sie präsentieren sich uns! Lasst sie dafür bezahlen! Ja, das machen wir. Feuer! Da ist sie am schlechten, Captain! Ah, ha, 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 ha! Feuer! Ja! Die haben anscheinend schon auf jeden Fall... Ich will sie auf uns! Ja, wo die... Feuer! Feuer! So! Da haben wir noch viele Teilnehmer mitgenommen. Feuer! Na, nur ein guter Schuss! Ausweich, Manöver! Feuer! Feuer! Wo kommen das Schiff jetzt hier? Verdammt! Sehr schön... Sehr schön... Feuer! Feuer! Ihre Schwarzstein ist ungeschelft! Scheiße! Ich muss zu Land angreifen! Ähm... Okay... Wo kommen das Schiff jetzt hier? Verdammt! Ja! Top-Segel-Raffen! Mit Schmackes, Jungs! Ist keine Schikane! Feuer! Ja! Ja! Auseinander! Bereit zu feuern! Versetzt jeden Zoll Segel! So... Sehr schön... Hier kann man wenigstens noch ein bisschen was erweiten... Da treibt Frachtgut schon! Zucker und Feuerfässer sind voll... Okay... Wir sind schon fertig... Warten auf dein Zeichen, Captain! Soviel Segel wie ihr kap... Ich hätte jetzt mal ein bisschen weitergeballert... So... Kräft die Trab- und Braamsegel! Versetzt alle Segel die wir haben! So... Da sollen wir auf jeden Fall dann den einen Typen... Äh... Äh... Ja... Schlafen... Kräft die Trab- und Braamsegel! Jaffe-segel lockern! Einholen! Ja... Alle Segel-reffen! Halt den kräftig dagegen! Und dann... Äh... Auf! Auf! Äh... Ablerauge... weiß... Aber... Ich seh' hier noch nichts... Oh... Okay! Ich bin überzeugt von dir! und er zählt sich noch nicht so oh, oh, muss unser Ziel so, sehr schön oh, wer schützt denn da auch nicht oh, jetzt fängt er echt an zu laufen hier oh, 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 oh nicht nett, nicht nett, nicht nett so sehr schön was ist denn mit dem hier den soll ich töten ach, das andere war der Chef, ok hätte ich das eigentlich hier ja fast übersehen ach ja ja, dann gibt es hier tatsächlich noch ein paar Sachen zusammen zum Beispiel das ein Muskelfragment hier da unten ist das nächste wir riskieren das mal ja, ich wusste es, ich habe es gemacht so ne, ne, genau ja, jetzt springen wir nicht noch mal so ganz runter so, da die Truhe nehmen oh, hier ist noch eine zweite, natürlich in der ganz anderen Richtung und da äh Zielort da müssen wir auch nochmal hin oh, hier ist die Truhe auf, hier ist die Truhe aufrufen wir dir aber ganz nach oben na, die hat sich wenigstens mal ein bisschen gelohnt sondern nochmal rüber zu dem C-Oort der reicht damit sie sich jetzt eben schon der reicht damit sie sich jetzt eben schon der reicht ach, genau, da rein ok Tür öffnen den Kommandanten des Forts illuminieren ok hm ein Sprung über den Tisch und weg war das und schon äh da ist die spanische Flagge weg ja oh, da ist ja schon wieder einiges aufgetaucht hier was ist denn das hier legendäres Schiff interessant das wird mich bestimmt legendär wegballern wenn ich da bin ähm ja hier gibt es wohl noch einen Brief das war kein Klacksammeln hm hier gibt es so viel, so viel, so viel Wohlenhai Wohlenhai, Hammerhai Wohlenhai, das Saumbohlenhai hier gibt es echt zu viel ich glaube ich glaube beim nächsten Mal wird es dann nochmal eine kurze Sammelrunde hier vorbei würde ich mal annehmen ähm eventuell nehmen wir auch die zwei Haie hier mit ich glaube ich glaube das klingt erstmal nach einem ganz guten Plan wir schauen die zwei sind jetzt auch abgeschlossen ja fand das war erstmal ein ganz guter Morgen Marineaufträge haben wir dann auch noch äh den es hier gibt das wird vermutlich ähm dann am ehesten mal die ja so äh kaufen Munition die nochmal auffüllen vor allem die Mörsergeschosse so ja war ein ganz produktiver Morgen ja ja dann wie gesagt erst den äh Marineauftrag wenn wir auch schon hier sind und dann heute dann wird das dann viel Spaß